Ein wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der Skandinavien-Philatelie. Wir möchten Ihnen heute unseren Spezialkatalog Northern Lights – Nordlichter sind Glanzlichter der 172. Auktion bei Ulrich Felsmann vorstellen. Mein Name ist Nejip Tokurdu, ich bin Direktor des Hauses und hatte die Ehre, diesen tollen Spezialkatalog schreiben zu dürfen. Es ist ein Katalog, der zwei Hauptteile hat. Zum einen die Goldsammlung von Dr. Jürgen Baumgarten mit Dänemark ab Vorfilatelie und der zweite Teil, der sehr gewichtig ist in dieser Auktion, ist die Studiensammlung Norwegen von Jürgen Thiemer, der, wie Sie wissen, lange Jahre Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Nordische Staaten war. Der Dänemarkteil beginnt mit Vorfilat Auslandsbriefen, dabei sehr gesuchte Stücke, dann vierer RBS, die 1851er Ausgaben mit Typen, Plattennummern, vielen Besonderheiten, sehr guten Frankaturen, Einzelfrankaturen, Mehrfachfrankaturen. Also wirklich teilweise ganzseitig zusammengelassen, dass man auch geschlossene Teile der Sammlung erwerben kann. 1851 dann die berühmte Zweireichsbank Skilling, eine der gesuchtesten Marken von Dänemark. Unser Titelfoto, das Los 3524, ein Probedruck dieser Marke, von der es nur zwölf Stück gibt und diese ist nach Aussagen vieler Experten die am besten erhaltene. Danach kommen einige sehr schöne Frankaturen dieser Ausgabe, ein gestempeltes Paar, das Los 3534 und auch einige Footpost Cancellation Briefe mit Paarfrankatur oder Mehrfachfrankatur. Die folgenden Ausgaben ab 1854 sind ebenfalls sehr kenntnisreich gesammelt. Es sind ungezähnte Marken, wieder sehr gute Frankaturen, aber hier auch hervorragende Mischfrankaturen. Auch ein Viererblock, das Los 3546, was man nicht häufig findet. Unsere Ausrufpreise haben wir betont moderat gehalten. Wir gehen von sehr hohen Verkaufsquoten bei dieser Sammlung aus. Wir sind Ihnen aber auch bei Ihrer Meinungsfindung gerne behilflich. Wenn Sie Fragen zu den einzelnen Stücken haben, rufen Sie uns bitte an. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft. Dann kommen einige Viererstreifen, auch auf Brief und das Los 3573, ein Brief mit viermal 16 Skilling Grau-Violett über New York nach Kalifornien. Eine ganz außergewöhnliche Frankaturen, eine Mehrfachfrankaturen, von der es nur einige Stücke gibt. 1854, 59 kommen einige sehr schöne Lose mit Probedrucken. Es sind einige den Hermesköpfen von Griechenland nachempfundene, nicht zur Ausgabe gelangte Probedrucke dabei. Und das sind wirklich sehr schöne Lose, wie sie in dieser Reichhaltigkeit kaum einmal angeboten werden. Das Los 3580 ist ein Sechserblock der Vierst Geling Braun, 1858. Es ist die größte bekannte Einheit, verwendet auf Brief, ein wunderschönes Stück. Und weiter geht es mit einigen Zeitungen, aber auch Verwendungen in Bergedorf und dann die kleinen Quadrate auch mit Zehnungen, die Michel Nummer 10 in Farben, sehr schön dargestellt in dieser Sammlung. 1864 gibt es die 16-Skilling auch als unverausgabte Marke, das Los 3597. Ein sehr schönes Stück. Und des Weiteren wieder Studien auf den Ausstellungsblättern, so wie sie gesammelt wurden. Also da war es fast schon zu schade, um diese schönen Blätter auseinander zu nehmen. Wir haben sie teilweise zusammengelassen. Das ist aber in dieser Form wirklich kaum einmal zu bekommen. Die späteren Ausgaben haben wir nicht sehr detailliert. Ich empfehle eine eingehende Besichtigung des Sammlungsteiles. Dazu werde ich aber am Ende des Videos nochmal speziell zu sprechen kommen. Die 1864 Probedrucke, auch Möller Essays genannt, von Christian IX. Und das auch in Einheiten, 15er Blocks umgezähnt, das Los 3628. Dann die Ziffernausgaben in einer ganz spezialisierten, wunderschönen Form mit Einheiten, mit seltenen Stempeln, guten Verwendungen, Mischfrankaturen. Und da auch das Los 3658. Eine Mischfrankatur mit der 48 Skilling Braun-Lila nach Brasilien. Ein ganz seltener Überseebrief. Es kommen einige Probedrucke von Grönland, die sehr schön sind. Und Finnland, da haben wir nur ein ganz kleines Angebot, aber ein sehr feines Angebot. Das Los 3667. Eine der seltensten Durchstiche der Wappenausgabe. Und das Los 3668. Aus der Neiman-Sammlung, die vor über zehn Jahren in der Schweiz versteigert wurde. Ein hervorragender Viererblock. Der 10 Penny auf gelbem Papier. Die berühmte Farbabart, Michel 46F, das Los 3671. Auf einem Briefstück. Eine Weltrarität von Finnland. Wirklich in dieser Qualität kaum einmal zu bekommen. Island. Ein Priya-Aufdruck auf Beleg, was man auch alle zehn Jahre vielleicht mal sieht. Eine Top-Rarität. Wunderbar. Sauber gestempelt. Es ist das Los 3674. Meiner Ansicht nach eines der Top-Stücke dieser Auktion bei einem wirklich sehr günstigen Ausruf von 500 Euro. Und dann kommen wir zur Studiensammlung Norwegen von Jürgen Thiemer, die wir auflösen dürften. Hier auch Briefe in einer Erhaltung und Schönheit. Genießen Sie es im Katalog. Also es ist, es fehlen einem teilweise die Worte. Es ist wirklich sehr, sehr schönes Material. Die Nummer eins auch in einem Paar. Auch eine Studie mit verschiedenen Abstempelungstypen mit Brief. Das Los 3679. Studiensammlung auch auf einer ganzen Seite mit acht Briefmarken und einem Brief. Das Los 3680. Sehr, sehr schönes Material auch für Sammler, die ausschließlich die Nummer eins der ganzen Welt sammeln, was ja auch ein beliebtes Sammelthema ist. Hier finden Sie wirklich ausgesuchte Stücke für solche Sammlungen. Dann kommen eine ganze Reihe von Mischfrankaturen und Mehrfachfrankaturen der Oscar-Ausgaben. Da sind wirklich auch Auslandsbriefe dabei mit sehr interessanten, hohen Frankaturen, wie man sie nicht alltäglich findet. Es wäre natürlich auch sehr schön, Sie zu begrüßen, hier zur Auktion in Düsseldorf zu begrüßen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie anreisen können. Die Corona-Bestimmungen lockern sich ja ein bisschen. Das Reisen wird etwas angenehmer in den nächsten Wochen. Es wäre sehr schön, Sie persönlich hier begrüßen zu dürfen. Wir kommen zu Schweden. Auch einige wenige Stücke, aber sehr bedeutende Stücke dabei. Und auch die Nummer 84, 85 W, die beiden Marken und auch frühe Ausgaben 1858 in ungebrauchter Erhaltung mit sehr schöner Zentrierung. Dann kommen wir zum Sammlungsteil. Der Sammlungsteil wird extra versteigert am Samstag. Aber hier sind auch zwei sehr bedeutende Teile von Skandinavien vertreten. Ich empfehle eine eingehende Besichtigung. Sie können sich schon ein Bild machen über unsere Internetseiten. Dort haben wir umfangreich diese Sammlungen abgebildet. Es beginnt ab bloß 7016 mit Dänemark. Dann kommt Dänisch-Westindien. Das sind Spezialteile in unserem Sammlungsteil. Der Samstag beginnt damit. Und dann haben wir Dänemark, die zweifarbigen Öremarken von 1871 bis 1905 mit einem Gesamtkatalogwert von über 50.000 Euro. Eine Spezialsammlung, wie sie wirklich nur alle 10, 20 Jahre mal angeboten wird. Das bedarf einer eingehenden, umfangreichen Besichtigung. Bitte bringen Sie Zeit mit. Das ist der erste Sammlungsteil aus Dänemark, den ich sehr empfehlen kann. Der zweite folgt umgehend das Los 7533 Reichswappenziffern und folgende Ausgaben 1882 bis 1930. Hier ein Katalogwert von 59.000 Euro, bei einem Ausruf ebenfalls von 10.000. Aus der gleichen Ausstellungssammlung von Dr. Baumgarten. Die weiteren Sammlungsteile möchte ich im Einzelnen hier gar nicht erwähnen. Es ist wahrscheinlich der umfangreichste Skandinavien-Sammlungsteil, der seit Jahrzehnten in Deutschland angeboten wurde. Wobei ja auch Skandinavien-Spezialauktionen wirklich sehr selten anzutreffen sind. Hier hatten wir den Glücksfall, dass zwei Sammlungen gleichzeitig bei uns zur Versteigerung gelangten. Dieser Katalog wird, so hoffe ich doch sehr, ein Standardwerk und seinen Platz in vielen Bibliotheken finden. Es ist eine Arbeit, die mir ein großes Vergnügen gemacht hat. Ich hoffe, Sie können für Ihre Sammlungen schöne Teile dazu erwerben und haben ebenso viel Freude bei der Durchsicht des Kataloges, wie ich es beim Schreiben hatte. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und hoffentlich sehen wir uns demnächst hier in Düsseldorf, wenn die Hammerfest-Auktion stattfindet mit unseren Nordlichtern und Glanzlichtern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.